Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir haben uns schon mehrmals in diesem Podcast mit Degrowth-Ansätzen beschäftigt. Und diese haben wir mehr oder weniger scharf kritisiert. In dieser Folge wollen wir uns erneut einem Ansatz widmen, der sich aber von den anderen unterscheidet. Der japanische Marxist Kohai Saito legt mit seinem Buch »Systemsturz« ein durchaus interessantes Konzept vor. Auch wenn wir einige Kritikpunkte äußern werden, wollen wir hier zunächst ganz klar sagen, wer immer sich mit Degrowth beschäftigen will, bzw. mit der Idee von Schrumpfungen sympathisiert, wird in Zukunft an Saito nicht vorbeigehen können. Saito schlägt einen Degrowth-Kommunismus vor, der nicht einfach dem Verzicht oder einer billigen Konsumkritik oder einer Verachtung der Konsumenten das Wort redet. Hier wird stattdessen ohne Wortgeklingeln und ohne Romantisierung ein ernstzunehmendes Konzept vorgestellt, das eine gründliche, auch kritische Auseinandersetzung verdient. Zunächst aber Werbung in eigener Sache. Wolfgang, du hast dein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Filmanalyse – Kino anders gedacht«, das ein Best-of mit 120 deiner Filmanalysen enthält, der 720 Seiten starke Band enthält außerdem ein ausführliches Interview mit dir und ein Vorwort des deutschen Regisseurs Dominik Graf, das den schönen Titel »Kino im Anzug« trägt. Das Buch ist im Seidelman & Company Verlag erschienen. Und wer immer noch nicht genug Motivation jetzt hatte, dem kann ich sagen, es gibt Fotos von dir in Düsseldorfer Kinos und im Filmmuseum da drin. Ja, ich wusste, dass ich dir damit eine besonders große Freude mache. Das Buch wird von einem kleinen Verlag veröffentlicht, der den Druck nicht selbst stemmen kann, sondern dieser erfolgt über Amazon Press, weshalb das Buch, so sind die Widersprüche des Kapitalismus, am einfachsten und am schnellsten über Amazon tatsächlich erhältlich ist. Der Link zum Buch steht in der Beschreibung und am 23. September präsentiere ich das Buch und einen Überraschungsfilm im Bambi-Kino in Düsseldorf. Der Link findet sich ebenfalls in der Beschreibung. Blicken wir nun auf das Degrowth-Konzept von Saito. Koi Saito spricht sich zunächst gegen diverse liberale Konzepte wie Klimaausgleichszahlungen oder Sustainable Development Goals aus. Er vergleicht solche Konzepte mit dem Ablasshandel im Mittelalter. Ja, sie seien das neue Opium des Volkes, denn abwenden können sie die Klimakatastrophe nicht. Saito möchte weiterhin am 1,5-Grad-Ziel festhalten. Dieses sei aber nicht zu erreichen durch solche laxe Maßnahmen. Das belegt er mit vielen Zahlen, auf die wir gar nicht näher eingehen wollen. Ihm geht es dabei vor allem darum zu zeigen, dass das Wirtschaftswachstum den Wohlstand auf lange Sicht untergräbt. Die Eingriffe, die erforderlich sind, müssen radikal sein und es genüge nicht, die Konsumenten in die Pflicht zu nehmen. Saito will vor allem die Produktionsseite wieder mehr in den Blick nehmen. Das bedeutet aber auch, man muss zurück zu Marx und Marx zugleich weiterentwickeln. Mit der Einführung einer CO2-Emissionssteuer, deren Konzeption auf William D. Nordhaus zurückgeht, täusche man vor, man könne am Wirtschaftswachstum festhalten und gleichzeitig den Klimawandel bekämpfen. Laut Saito kommt man mit Nordhaus Modell aber dennoch auf eine Erwärmung um 3,5 Grad, was katastrophal wäre. Hier sei hinzugefügt, was Saito als Schreckensszenario zeichnet, wird in einigen Ländern bereits als realistische Annahme betrachtet. Frankreich beispielsweise ist dazu übergegangen, sich auf eine Erwärmung um 4 Grad vorzubereiten. Saito will das kapitalistische System als solches infrage stellen und bezieht sich dabei auf Ulrich Brandt und Markus Wissen, die den Begriff der imperialen Lebensweise geprägt haben, um die Verantwortlichen zu benennen. Die westlichen Industrieländer sind es vor allem unter denen, der globale Süden zu leiden hat. Jedoch verwandeln sich immer mehr Menschen, auch jene einstmals Wohlhabenden, in den globalen Süden, da der Klimawandel keine nationalen Grenzen kennt. Du meinst, es verwandeln sich mehr Länder in den globalen Süden, nicht mehr Menschen. Ja, immer mehr Länder, ja. Die imperiale Lebensweise, die auf fossilen Energien beruht, muss überwunden werden. Das bedeutet, der Lebensstandard muss gesenkt werden. Wir werden gleich sehen, dass Saito dennoch kein Verzichtsprediger ist. Zunächst stellt er noch einen weiteren Begriff heraus, nämlich den von Stefan Lessing, Entworfenen der Externalisierungsgesellschaft, der besagt, dass wir die eigentlichen Schäden, die unsere Lebensweise verursacht, in andere Teile der Welt externalisieren, wo wir es nicht mitbekommen. Schon der Weltsystemtheoretiker Immanuel Wallerstein unterschied zwischen dem Zentrum und der Peripherie, wenn es um die Ausbeutung der Arbeitskraft geht. Dies jedoch, agenz Saito, stellt nur eine Seite des Kapitalismus dar. Eine weitere Seite ist die globale Umwelt. Diese Kosten werden dem globalen Süden zugemutet. Lange Zeit konzentrierten sich Marxisten darauf, dass Kapitalisten die Kosten senken können, indem sie Löhne drücken, Arbeit in Billiglohnländer outsourcen oder auf Automatisierung setzen. Jedoch ist ein entscheidender Punkt, dass man Kosten auch senkt, indem man umweltschädliches Produzieren dorthin auslagert, wo es nichts kostet oder nicht geahndet wird. Diese Kosten müsste man aber eigentlich auf den wahren Preis aufschlagen. Diese Überlegung ist nicht neu. Wir finden sie zum Beispiel auch bei Eva von Redeker. Und diese Überlegung ist auch richtig und logisch. Das Kapital sucht also nicht nur billige Arbeitskräfte, sondern auch billige Natur. Der Extraktivismus aber führt dazu, dass die Natur irgendwann erschöpft ist. Genau dies erleben wir jetzt. Saito schreibt, bereits Karl Marx analysierte Mitte des 19. Jahrhunderts das Problem der Externalisierung in die Peripherien. Auch ihm zufolge lagert der Kapitalismus seine eigenen Widersprüche in die Ferne aus und macht sie dadurch unsichtbar. Doch weil sie sich auf diese Weise bloß verschlimmern, kommt es zwingend zu einer hoffnungslos festgefahrenen Situation, die letztlich nur zum Kollaps führen kann. Dies wäre für das Kapital die unüberwindbare Grenze, so Marx. Tatsächlich stellen wir fest, dass sich auch Kapitalisten um das Klima sorgen, denn möglicherweise sitzt die Natur Grenzen, die unüberwindlich sind, so wie auch ein Arbeiter nicht unendlich ausgebeutet werden kann. Marx schildert ja sehr plastisch, wie Arbeiter im 19. Jahrhundert mit Kaffee hochgepäppelt worden sind, um möglichst lange durchzuhalten. Aber auch dies stößt an natürliche Grenzen. Noch werde diese Erschöpfung, beklagt Saito, weitgehend ignoriert. Nur so ist die irrationale Landwirtschaft einzuordnen, bei der etwa für Avocados Unmengen Wasser verbraucht werden. Auch viele Düngemittel beheben zwar manche Probleme, schaffen aber, wie etwa das Haber-Bosch-Verfahren, viele neue, wenn Erdgas in rauen Mengen für die Produktion verbraucht wird. Neben der räumlichen Auslagerung erblicken wir eine zeitliche Auslagerung nach dem Motto Nach uns die Sintflut. Viele Klimawandelauswirkungen treten mit relativ großer Zeitverzögerung ein, doch die Zukunft kommt ja bestimmt. Nun ist es bei all diesen Externalisierungen in Raum und Zeit logisch, dass nicht alle Länder so vorgehen können. Gerade weil viele Länder im Aufstieg aber begriffen sind, versuchen diese Länder nun auch zu externalisieren, wodurch irgendwann die westlichen Industrieländer gewissermaßen auch zum globalen Süden werden können. Wir hörten in der Vergangenheit schon aus China, dass dort Müll aus Europa nicht mehr gern gesehen wird. Man will diesen Müll nicht mehr lagern und auch nicht mehr recyceln. Und ohnehin kehrt unsere Lebensweise wie ein Bumerang zurück. Denken wir an Mikroplastik oder Kohlendioxid. Insofern sei die Frage Sozialismus oder Barbarei, die Rosa Luxemburg einstellte, wieder aktuell. Und gegen beides wollen sich die, wie Saito sie nennt, Klimakinserner stellen. Dazu zählte etwa Thomas L. Friedman, der die grüne Revolution als Businesschance begreifen will. Oder denken wir an Ursula von der Leyen, die von unserer neuen Mission zum Mond spricht, womit sie eine grüne Transformation der Wirtschaft mit Hilfe von kluger Industriepolitik und Investitionen meint. Und ja, Saito gibt auch zu, dass dies besser als Senior-Liberalismus ist. Nur bringt der Green New Deal, auch der von Linken wie Bernie Sanders präferierte, neues Wirtschaftswachstum. Was dann bedeutet, mehr Emissionen. Da würden wir ja auch sagen, auch wenn das nicht per se so sein muss, es ist ja auch möglich, dass man zum Beispiel Wirtschaftswachstum generiert durch Ausbeutung von Arbeitskraft im Dienstleistungssektor, also dass das Kapital sich da Arbeitskraft oder verausgabte Arbeitskraft aneignet und relativ klimaneutral die Menschen beschäftigt. Trotzdem ist es ja eher unrealistisch, dass es eine komplette Entkopplung dadurch gibt. Also gerade zumindest zeichnet sich eine absolute Entkopplung einfach nicht ab zwischen Wachstum und Emission. Diese absolute Entkopplung ist auf dem Keynesianischen Weg, da ist er überzeugt, also nicht denkbar. Und Saito schreibt dann, will man eine BEP-Wachstumsrate von 2-3% aufrechterhalten und gleichzeitig das Klimaziel von 1,5 Grad erreichen, wäre eine sofortige Emissionsreduktion um jährlich ca. 10% nötig. Überlässt man diese Entscheidung aber dem Markt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering. Im Gegensatz zu vielen bürgerlichen Degrowth-Anhängern macht Saito deutlich, dass innerhalb des Kapitalismus kein Degrowth möglich ist, denn wenn die Wirtschaft schrumpft, produziert das im Kapitalismus Arbeitslose und diese können ohne Arbeit nicht überleben. Weshalb Politiker des BEP stets steigern wollen, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, um also auch wiedergewählt zu werden. Das nennt Saito die Falle der Produktivität. In Großbritannien oder Deutschland gesteht Saito allerdings zu, findet absolute Entkopplung zwar statt, aber global geschieht das nicht. Wegen der Schwellenländer und viele ihrer Waren werden ja wiederum zu uns exportiert und auch in den USA steigen die Emissionen. Deshalb hält Saito eine absolute Entkopplung für extrem unwahrscheinlich. Wir können uns natürlich fragen, ist das, was ihm vorschwebt, so unglaublich viel wahrscheinlicher, aber dazu kommen wir noch, das sehen wir uns gleich näher an. Generell ist für Saito jedes Wirtschaftswachstum ein Risiko für das Klima und das aus folgendem Grund. Wenn die grüne Wirtschaft floriert, haben Unternehmen mehr Geld für Investitionen und Haushalte mehr Geld für Konsumtion. Das fließt aber nicht notwendig notwendig in eine grüne Wirtschaft. Und da kann man jetzt sagen, klar, die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für die Hälfte der Emissionen verantwortlich. Nur fragen wir uns, wenn die fossile Wirtschaft einmal abgewickelt ist, wird ja auch, dass zusätzlich verdiente Geld nicht mehr in diese Wirtschaft fließen können. Also wenn das verboten ist, dann kann man da sein Geld auch nicht mehr unterbringen. Und das ist ein Widerspruch, den Saito nicht bedenkt. Um es etwas platt auszudrücken, als die Sklaverei abgeschafft war, konnte man auch mit zusätzlichem Geld keine Sklaven mehr halten. Dieses Investment, in Anführungszeichen, war damit einfach gegessen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, inwiefern wäre denn ein klimaneutraler Kapitalismus, der zwar wächst, also kein Degrowth wäre, aber trotzdem nicht mehr Ressourcen verbraucht, nicht durch Verbote etc., vielleicht sogar möglich. Könnte man ja auch bedenken, denn zuvor hatten wir nur kritisiert, dass da jetzt so CO2-Steuern und sowas als schlecht angesehen wird. Da wäre natürlich jetzt die Frage, ginge nicht so etwas wie ein Verbot bestimmter Sektoren eher? Nun ja. Die Frage ist dann vielleicht auch eher, ob es überhaupt sowas wie ein klimaneutrales Wirtschaften geben kann. Saito geht auf die Elektroautos ein. Dort entsteht ein neuer Markt mit vielen Arbeitsplätzen. Es sei Klimakennzeichnismus in seiner idealen Form, jedoch verdreckt die Produktion der Autos die Umwelt. Die Lithiumproduktion verbraucht so viel Grundwasser, der Kobaltabbau im Kongo ist barbarisch etc. Saito sagt zudem, dass es, wenn man auf den Materialverbrauch in den Volkswirtschaften blickt, ein Decoupling nie gegeben hat. Also schaut man sich den materiellen Fußabdruck an, dann fällt auf, dass in den entwickelten Ländern zwar der Inlandsmaterialverbrauch abgenommen hat, jedoch gilt dies nicht für importierte Materialien. Der Materialverbrauch steige um den annähernd gleichen Anteil wie das reale BEP steigt. Der Klimakennzeichnismus laufe auf ein 3-Grad-Ziel hinaus, weshalb der Diskurs schon deutlich auch zu vernehmen ist, dass wir uns an 3-Grad-Temperaturanstieg anpassen sollen. Kapitalistische Degrowth-Konzepte sind aber ebenso abzulehnen. Saito nennt hier viele Punkte, die wir auch schon in unseren früheren Folgen genannt haben. Kürzen wir es deshalb ab. Da sich diese Degrowth-Anhänger um eine Analyse des Kapitalismus drücken, glauben sie, man könne eine Schrumpfung innerhalb des Systems erreichen, was jedoch unmöglich ist, da der Kapitalismus ohne Wachstum nicht existieren kann. Wenn das Kapital sich nicht vermehren kann, gerät das System in eine Dauerkrise. Japan ist deshalb auch kein Degrowth-Vorbild, sondern das Beispiel für eine, wie Saito schreibt, lange Periode stagnierender kapitalistischer Wirtschaft. Unter der, das seien auch hier angemerkt, vor allem junge Menschen zu leiden haben. Saito erteilt übrigens auch allen Rechten, die zu viele arme Menschen in Entwicklungsländer als Problem betrachten, eine Lektion erschreibt. Würde man beispielsweise hinsichtlich der Nahrungsmittel die globale Kalorienversorgung um nur ein Prozent erhöhen, könnte man damit 850 Millionen Menschen vor dem Hungertod bewahren. Oder würde man den 130 Millionen Menschen, die derzeit über keinen Zugang zu Elektrizität verfügen, diesen verschaffen, bedeutete das einen Emissionsanstieg von bloß einem Prozent. Wo steuern wir also hin? Saito sieht vier Szenarien. Erstens ein Klimafaschismus, in dem für Reiche in diesem Zitat Katastrophenkapitalismus nur noch eine weitere Möglichkeit der Geschäftemacherei liegt. Man muss sich ja auch dann schließlich teuer absichern vor Klimaschäden und Flüchtlingen. Die Verpanzerung mit SUVs ist ja bereits der Anfang. Und das wird zu erbitterten Verteilungskämpfen kommen. Und faschistische Parteien werden mit falschen, sicherheitsersprechenden Punkten. Das zweite Szenario heißt Barbarei. Staatliche Institutionen lösen sich auf, kehren in einen Naturzustand zurück, in dem jeder gegen jeden kämpft, um zu überleben. Drittens wäre auch ein Klimamaoismus denkbar, in dem die jeweilige Regierung autoritär Klimaschutzmaßnahmen diktiert. Ein Vorgeschmack darauf erhielten wir schon bei der chinesischen Lockdown-Politik. Und das vierte Szenario heißt X. Und X ist Saitos Vision. Nur noch eine Anmerkung. Ich halte den Katastrophenkapitalismus mit faschistischen Entwicklungen für ein durchaus realistisches Szenario. Bis zuletzt findet der Kapitalismus Wege, Profite zu machen. Es ist eben nicht, wie Ulrike Herrmann sagt, dass das Ende des Kapitalismus ohnehin besiegelt ist, wenn der Klimawandel mit voller Härte eintrifft. Was ist nun aber dieses Szenario X, wenn keynesianische Konzepte mitsamt MMT verworfen werden? Zu jenen, die für mehr Investitionen plädieren, sagt Saito, Anti-Australitätsbefürworter sehen die Ursache in der Knappheit nämlich vor allem in den neoliberalen Austeritätsmaßnahmen. Angenommen, das wäre korrekt, dann wäre es mittels öffentlicher Investitionen doch möglich, die Produktion zu erhöhen, mehr Kapital anzuhäufen und somit mittels mehr Wirtschaftswachstum Überfluss zu generieren. Diese Denkweise ist jedoch kapitalismusaffin. Auf den ersten Blick scheinen die Gegenvorschläge der Linken fortschrittlich. Tatsächlich ist es aber eine konservative Ideologie, die darauf abzielt, das System so zu halten, wie es immer war. Zitat Ende. Hier kann man wohl auch noch anmerken, dass es bei einigen MMTlern ja nicht darum geht, einfach das System so herzustellen, wie es einmal war, sondern tatsächlich auch in der Richtung zu transformieren. Da kann man immer sagen, das geht nicht weit genug, aber ich glaube, man kann Ihnen jetzt nicht generell den Vorwurf der Regression oder Reaktion machen. Wenn man den Kapitalismus angeblich mit Gesetzen und Investitionen zähmen könnte, fragt Saito, warum hat man das denn nicht längst getan? Und er wiederholt damit auch eine Frage Slavoj Zizek. Zwar können partielle Siegerungen werden, jedoch könnten Kapitalisten drohen, Staatsanleihen zu verkaufen und damit Regierungen in die Knie zu hängen. Somit sei eine radikale Umverteilung im Kapitalismus undenkbar. Und wer daran glaubt, sei mit Geschenk gesprochen der wahre Utopist. Saito verkündet den Abschied vom BIP, er will eine Gesellschaft und mehr Lebensqualität. Entscheidend dafür ist, sich für Commons einzusetzen, also für öffentliche Güter, die demokratisch verwaltet werden. Und als Marxist skizziert er, wie die Arbeiter einst von dem, was allen gehörte, getrennt wurden. Wir haben das beispielhaft in unserer Folge 197 zu Marx und den Holstein erläutert, um nun zu fordern, dass das Monopol über die Produktionsmittel aus den Händen der Kapitalisten gerissen werden muss, damit die Natur und die Produktionsmittel wieder allen gehören. Dabei sehr wichtig, ein Missverständnis in der Marx-Rezeption aus dem Weg zu räumen. Marx hat bekanntlich Band 2 und 3 des Kapitals nicht selbst fertiggestellt, sondern das war Engels. Er jedoch hatte eine zu optimistische Einschätzung, was Geschichte und Fortschritte anbelangt. Infolgedessen habe man Marx, so Saito, weitgehend missverstanden. Ja, Marxisten seien davon ausgegangen, dass man nur munter die Produktivität steigern muss und das dann aus dem Kapitalismus der Sozialismus vorbeigeführt werden kann. Saito, der die Mega-Ausgabe mit herausgibt, hat sich jedoch Marxens Notizen und Exzerpte angesehen und kommt zu einem anderen Schluss. Zwar habe der frühe Marx das progressive Geschichtsbild entworfen und sogar die Kolonialherrschaft der Briten in Indien zwar nicht verherrlicht, aber als notwendige Entwicklung zur Entfesselung der Produktivkräfte eingeordnet, der später Marx jedoch glorifiziert keineswegs den Fortschritt und wendet sich vom Produktivismus ab. Gerade durch seine Auseinandersetzung mit Kolonialismus, naturwissenschaftlichen Untersuchungen etc. habe sich bei Marx eine ökologische Wende vollzogen. Produktivismus setzt voraus, dass alle anderen Länder erst aufholen müssen, um dem Sozialismus eine Grundlage zu bereiten. Marx sah sich aber zum Beispiel später Entwicklungen russischer Dorfgemeinschaften an und hielt den Übergang zum Kommunismus in Russland möglich, das ganz ohne die Zwischenstufe des Kapitalismus. Marx zu Seite habe als junger Mann gedacht, dass es mehr Fortschritt und Urbanisierung braucht. Und er schreibt, im Gegensatz dazu vertrat er in seinen letzten Lebensjahren jedoch die Ansicht, dass es gerade die Beständigkeit der kommunalen Gesellschaften sei, dieser mögliche Widerstand gegen die Kolonialherrschaft zu leisten, die Macht des Kapitals zu zerschlagen und sogar den Kommunismus zu errichten. Hier ist Marx großer Wandel ganz klar zu erkennen, mit dem er die stationäre Wirtschaft als etwas Positives ansieht. Seito interpretiert den späten Marx so, dass nun das Hauptaugenmerk auf Nachhaltigkeit und Gleichheit liegt. Das bedeutet auch, eine Gesellschaft im Westen müsse die Errungenschaften der modernen Gesellschaft beibehalten und gleichzeitig mit einem dem archaischen Typus nachempfundenen stationären Wirtschaftsmodell den Sprung hin zum Kommunismus schaffen. Die Dorfkommunen wiederum sollen die positiven Errungenschaften des Westens übernehmen. Also Saidos Ziel, beziehungsweise das Szenario X, ist ein Degrowth-Kommunismus. Und dazu zitiert er zunächst eine uns bekannte Passage von Marx, und zwar aus seiner Kritik des Gotha-Programms. Da heißt es, in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knichtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit, verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, Erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. Und hier zeige sich der späte Marx, der kein Plodier für den Produktivismus hält, sondern von genossenschaftlichem Reichtum spricht. Und das sei nicht produktiv, sondern kommunal zu verstehen, und zwar nach dem Vorbild der germanischen Marktgenossenschaften, mit denen sich Marx zu diesem Zeitpunkt beschäftigt hat. Und ich glaube, spätestens da können wir schon mal sagen, da werden wir ein bisschen skeptisch, denn mag ja sein, dass Marx sich da auch mal mit germanischen Marktgenossenschaften beschäftigt hat, nur es gibt ja auch genug Passagen, in denen Marx erklärt, warum er von Marktsozialismus exählt, warum er ja auch der Meinung ist, dass auch wenn Genossenschaften innerhalb des Kapitalismus war ein Fortschritt sind, dass so aber niemals ein Kommunismus aussehen kann, weil die ganzen alten Fehler der kapitalistischen Produktionsweise dann auch drinnen stecken und zu glauben, dass man auf diese Weise, also letztlich eigentlich durch so ein bisschen verkleinerten, lokaler gemachten Markt, irgendeine Marxsche Vision realisieren würde. Ich glaube, das kann man schon auch als Unsinn einfach mal bezeichnen. Man könnte auch sagen, es ist eine recht originelle Marx-Lektüre. Nun hat Seito sicherlich gründlich seine Quellen rezipiert, aber die Marx-Zitate, die er dann auch in diesem Buch präsentiert, sind zugegebenermaßen nicht so zwangsläufig in die Richtung zu interpretieren, die Seito vorschlägt. Wenn ich doch einen Satz dazu sagen darf, was ich ja sympathisch daran finde, ist, dass man versucht, von dieser Geschichtsphilosophie wegzukommen. Also zu dieser Idee, dass man eigentlich so eine Geschichtsphilosophie hat, des Fortschritts, des kapitalistischen Fortschritts und da wird dann irgendwie so ein autonomes, historisches, großes, gesellschaftliches Subjekt, das würde dann einfach irgendwann sich so sehr in seine Widersprüche verstricken, dass dann auf einmal ein Kommunismus entsteht. Also so eine Geschichtsphilosophie finde ich auch immer schlimm bei vielen Marx-Rezipienten und das finde ich erst mal gut, dass man dem eine Absage erteilt. Nur wenn man das dann dahingehend dem die Absage erteilt, dass man sagt, nee, nee, wir brauchen einfach statt mehr Fortschritt brauchen wir ein bisschen weniger, anstatt dass man sagt, diese ganze geschichtsphilosophische Frage wirft man weg und man guckt sich lieber den anderen Teil der Kritik an, den wir ja jetzt zum Beispiel in der Kritik des Gotha-Programms uns genau angeschaut haben, was er so am Kapitalismus wirklich so kritikwürdig findet, das finde ich dann doch eher schwach. Wir wollen und können uns hier auch nicht in philologische Details verlieren, aber auch wenn Marx die von Saito vorgeschlagene Richtung nicht unterstützt, kann man ja mal darüber nachdenken, was Saito da vorschlägt. Er ist sich sicher, dass eine lediglich auf Wahlen beruhende Politik jedenfalls nicht ausreicht. Es sei nicht zu erwarten, dass eine Partei, die Mehrheit erhält, die konsequentes Durchgreifen anstrebt. Deshalb setzt Saito auf die regionale und lokale Ebene und auf andere Formen der Demokratie positiv hervorhebte er etwa die Bürgerversammlung in Frankreich, bei der geloste Bürger radikale Maßnahmen gegen den Klimawandel mehrheitlich forderten. Man wünscht ein Verbot dort von Inlandsflügen und auch eine Vermögensbesteuerung. Für Saito ist das der Beweis, wie progressiv die Mehrheit ist, wenn sie in die Prozesse eingebunden wird. Nun ist es tatsächlich so, dass solche Räte und Versammlungen häufig progressive Ergebnisse hervorbringen. Jedoch ist es dann die etablierte Politik, die sich artig für die Vorschläge bedankt, aber dann nicht umsetzt. Man denke auch an den Berliner Volksentscheid zur Enteignung der Wohnungskonzerne, für die es zwar eine Mehrheit, aber keinen politischen Willen gibt. Und auch da muss man ja sagen, das ist jetzt nicht nur, wie soll ich sagen, also es ist jetzt auch nicht nur Unwillen der Regierenden, sondern schon das Problem, dass solange man innerhalb des kapitalistisch-nationalwirtschaftlichen Systems ist man mit anderen Volkswirtschaften konkurriert. Und wenn man nicht sagt, wir machen jetzt ein komplett anderes System des Wirtschaftens, also wenn man nicht sagt, wir machen jetzt einfach mal Planwirtschaft, dann wird es relativ schwierig, mit dem Kapital einfach alles anzustellen, worauf man so Lust hat. Also das ist jetzt auch nicht nur Unwillen. Aber klar, trotzdem ist es so, dass Saito auch einige Punkte gut beschreibt. Also ich will jetzt nicht nur meckern, es gibt da zum Beispiel gute Passagen dazu, dass der Kapitalismus eigentlich ein System des Mangels ist. Er schreibt, der Kapitalismus ist ein System, das unentwegt Mangel schafft. Anders als die landläufige Meinung es vermuten lässt, schafft der Kommunismus hingegen doch eine bestimmte Art des Überflusses. Das wäre zum Beispiel, wenn Wohnraum und Grundstücksspekulation verboten wäre und die Grundstückspreise halbiert oder noch besser um zwei Drittel gesenkt würden. Auch da frage ich mich dann aber ehrlich gesagt auch noch. Ich dachte, wir wollen jetzt abschaffen, dass Wohnraum oder Grund und Boden verkauft werden dürfen. Dann muss ja nicht der Preis um zwei Drittel gesenkt werden, sondern gibt es gar keinen Preis mehr dafür. Aber gut, wir fangen jetzt vielleicht nicht mit solchen Diskussionen auch noch an. Der Kapitalismus beruht laut ihm auf künstlicher Verknappung, weshalb dies im Kapitalismus nicht möglich ist. Es gibt kaum kommunal genutztes Land. Die Commons mussten abgeschafft werden, damit das Kapital einen Markt hat. Und auch eine offene Technologie wie Wasserkraft wurde ersetzt durch Steinkohle, weil, wie Andreas Malm zeigte, fossiles Kapital gewinnbringender war. Man konnte die Steinkohle monopolisieren und sie ist mobil, kann also in die Stadt transportiert werden. Das bedeutet zwar, dass der individuelle Wohlstand im Kapitalismus zunimmt, der öffentliche Wohlstand aber nimmt ab. Uns fällt da ein Beispiel ein. In vielen Städten gibt es kein Freibad mehr. Zugleich boomen private Pools. Würde man nun die Pools einer Vorstadt einfach mal zusammenfügen, hätte man ein gigantisches Schwimmbad für alle. So aber haben nur wenige das Privileg zu schwimmen. Künstliche Verknappung ist die Essenz, nicht nur die Ursprungsgeschichte des Kapitalismus. Seitu schreibt, wir sind nicht arm, weil wir zu wenig produzieren, sondern bei Knappheit das Kernstück des Kapitalismus ist. Was auch heißt, Kommunismus bedeutet, sich die Commons zurückzuholen. Das ist eine Forderung. Hier geht es nicht um Verzicht, Sparsamkeit etc., sondern um gesellschaftlichen Wohlstand, der durch diese Enteignung und Vergesellschaftung wieder wächst. Seitu schlägt Genossenschaften, Bürgerverwaltungen, auch gerade hinsichtlich erneuerbarer Energien vor, sodass jeder sein Kraftwerk betreiben kann. Ebenso wichtig sind Arbeiterkooperativen, wodurch die Produktionssphäre selbst zum Kommen wird. So könnte Uber in ein Kommen verwandelt werden. Seitu stellt klar, diese Entwicklung heißt aber nicht, dass die Menschen ärmer werden. Vielmehr führt der dadurch wachsende Bereich der Sachleistungen, sowie die Ausweitung einer Sphäre, in der Abhängigkeit von Geld nicht im Zentrum steht, zu einer allmählichen Befreiung vom konstanten Arbeitsdruck. Im Gegenzug hätten die Menschen dann mehr Freizeit zur Verfügung. Denn die unnötige Arbeit, die nur dem Profit, aber nicht der Gesellschaft dient, muss nicht mehr geleistet werden. Seitu will einen demokratischen, partizipativen Sozialismus, in dem auf regionaler und lokaler Ebene entschieden wird, was produziert werden soll. Ein schillerndes Beispiel ist für ihn Detroit. Dort erlebte man zunächst eine Deindustrialisierung, die Arbeitslosigkeit stieg, aber zugleich sanken die Mieten, wodurch das Leben günstiger wurde und eine prächtige urbane Landwirtschaft entstand. Dies sei nichts anderes als die Wiederherstellung der Commons. Wenngleich man auch in Detroit sagen muss, ja, da ist das Leben für viele wieder lebenswert geworden. Und ja, da sind reformistische Schritte im urbanen Raum geleistet worden, sowohl von der Politik, als auch dann durch einzelne Communities, Vereine, die sich da gebildet haben. Aber natürlich wird da kapitalistisch gewirtschaftet, auch wenn da jetzt nicht mehr die Autos entstehen für die Nationen, sondern eben andere Dinge. Und da gibt es auch viele Produzenten, die sich da angesiedelt haben, um Musik dort zu produzieren und so etwas. Ob das wirklich eine Wiederherstellung der Commons ist, ist etwas fraglich. Besonders wichtig ist für Saito die Produktionssphäre. Er schreibt, wo produziert wird, entsteht Gemeinschaft. Eine Bewegung, die aus der Arbeit heraus entsteht, hat letztlich sogar das Potenzial, die Politik zu beeinflussen. Deshalb wird in diesem Buch an der imperialen Lebensweise nicht etwa ihre Lifestyle-Ebene problematisiert, sondern die Produktion, die den Konsum innerhalb dieser Lebensweise überhaupt erst ermöglicht. Es geht also um die Überwindung der imperialen Produktionsweise. Fünf Punkte werden von Saito vorgeschlagen. Benötigt wird erstens ein Wandel zur Gebrauchswertwirtschaft. Nicht produziert wird, was auf eine zahlungsfähige Nachfrage trifft, sondern was wirklich gebraucht wird. Also das ist eine sozialistische Idee, die er hier umsetzen will. Angestrebt wird zweitens eine Verkürzung der Arbeitszeit, was aber gar nicht so leicht ist, da aufgrund von Degrowth und einem Ablassen vom Fortschritt ein Produktionsrückgang zu erwarten ist. Denn wo man nicht mehr so sehr auf Technik, auf Automatisierung setzt, da werden wieder mehr Hände gebraucht, um etwas zu fertigen. Es werden also mehr Arbeitskräfte benötigt, weshalb möglichst viele abgezogen werden müssen aus unnützer Produktion, Stichwort Bullshitjobs und so weiter. Ob das wirklich im Sinne von Marx ist, dieses Ablassen vom Fortschritt, ist zu bezweifeln. Sein Maschinenfragment klingt jedenfalls etwas anders. Ja, ich möchte da persönlich ja fast nur noch schreien, weil wenn man sagt, man nimmt eigentlich wirklich willentlich in Kauf, dass man weniger effizient ist bei der Produktion von Sachen, heißt es ja auch einfach, dass es auch weniger ressourcenschonend im Regelfall vor sich geht. Also das finde ich ja eigentlich so verrückt jetzt an dieser Idee. Also wenn man sagt, wir sind nicht mehr so effizient wie vorher, deshalb brauchen wir mehr Leute, um so viel zu produzieren wie zuvor. Das wird ja wahrscheinlich auch sonst mit etwas höherem Materialverschleiß all diesen Dingen einhergehen, wie das normalerweise ist, wenn man weniger effizient arbeitet. Es ist also das genaue Gegenteil von ökologischer. Also ich weiß einfach nicht, wo da dann der Vorteil liegen soll. Das erinnert dann schon, finde ich, auch ein bisschen an so die Golf-Kritiker, die wir, oder ja doch letztlich die Golf-Propagandisten, die wir früher schon hatten, wie Niko Pech, also die dann ja auch einfach mehr Rückschritt, weniger Effizienz etc. wollten. Also Effizienzsteigerungen, da hast du ja völlig recht, finden in der Wirtschaft ja statt, um Kosten zu senken. Und die Unternehmen verdrecken zwar mitunter viel die Umwelt, aber das machen die ja nicht einfach aus Lust und Laune. und sie versuchen ja die Produktion so möglichst günstig, so möglichst günstig zu halten. Genau, und wenn man es sagt. Und das bedeutet natürlich Effizienzsteigerungen, indem man die Energie, die ja teuer ist, versucht zu reduzieren. Gut, wenn du jetzt von diesem Outsourcing-Modell ausgehst, dass die damit woanders hingehen, was dann nicht mehr erlaubt sein würde, also dass die das im Ausland dann verbilligt, dreckig machen können. Ja, aber ich denke auch, dass eine Effizienzsteigerung grundsätzlich nicht meint, oh, wie schlimm, die produzieren jetzt so viele Waren, sondern das meint auch sehr stark, es wird Energie gespart. Ja, und auch Material und alles Mögliche. Und zumindest, wenn man davon ausgeht, da werden Sachen gestellt, die wir in jeder Gesellschaft weiterhin brauchen. Und das klingt ja hier so an, denn ansonsten bräuchte man ja dann nicht trotzdem wieder mehr Arbeitskräfte, um es weiterhin zu produzieren. Dann heißt das, diese Produktion ist dringend notwendig in jeder Gesellschaft. Und wenn man die dann weniger effizient macht, heißt das, man tut der Umwelt einen Bärendienst damit. Ja. Saito möchte drittens seine Aufhebung uniformer Arbeitsteilung, also der Gegensatz von geistiger und körperlicher Arbeit soll fallen. In allen Berufen soll man seine Fähigkeiten entwickeln und kreativ ausgestalten können. Und da stellt sich dann schon die Frage, wo das an seine Grenzen kommt. Manche Arbeiten sind eben anstrengend und monoton, ob im Kapitalismus oder Kommunismus, auch wenn man natürlich gucken sollte, dass man dann die Arbeiten etwas gerechter verteilt. Viertens soll eine Demokratisierung des Produktionsprozesses erreicht werden, was eine Vergesellschaftung bedeutet, sodass die Produktionsmittel als Kormans demokratisch verwaltet werden. Und diese Demokratisierung sorgt aufgrund der starken Partizipation für eine Verlangsamung der Wirtschaft, was Saito begrüßt. Also da wird quasi einkalkuliert, dass wenn viele Köche kochen, dass dann der Brei meistens eher schlechter als besser wird. Aber das findet er dann gut. Na ja. Ja, dann geht das alles nicht so schnell. Können wir nicht so schnell, das, weiß ich nicht, was wird dann produziert, Kochtöpfe. Und dann ist man aber erstmal, muss man ja debattieren, welche. Und das verlangsamt natürlich die Produktion, als wenn einer durchregiert im Unternehmen und sagt, so wird es gemacht. Ja, ich hoffe mal, dass bis dahin keiner verhungert, während das diskutiert wurde. Fünftens will Saito den Fokus auf systemrelevanter Arbeit legen. Im Kapitalismus werden Arbeiten, die geringen Gebrauchswert, aber hohen Tauschwert schaffen, übermäßig gut bezahlt. Der Schönheitschirurg verdient mehr als der Kinderarzt. Und ein Umdenken deutet sich schon an. Saito verweist auf Streiks in Kitas oder auf Arbeiter, die keinen Schichtdienste machen wollen, zu beobachten, seinen Aufstand der versorgenen Klassen und dies international. Diese Bewegungen gibt es und diese sind auch zu begrüßen. Alles richtig. Jedoch kommt nun das Aber. Saito bleibt es schuldig zu zeigen, wie man zu einem Degrowth-Kommunismus tatsächlich gelangt und wie dieser dann aussieht. Denn es geht ja nicht nur darum zu schauen, wo sind ein paar Comments, wo entwickeln die sich. Das ist gut und das ist auch zu empfehlen, auf lokaler Ebene sich dafür einzusetzen. Aber die Beispiele, die er bringt, führen ja nicht dahin, was er da eigentlich ankündigt. Er sagt zum Beispiel, es gibt die Fearless City, Bewegung, die etwa in Barcelona dafür gesorgt hat, dass nun der Klimanotstand ausgerufen wird und dass es einen Aktionsplan zur Emissionsreduktion gibt. Saito flüchtet sich sehr in einzelne Projekte. So erwähnt er dann Städte, in denen Airbnb eingeschränkt wurde, wo ich auch sage, naja, aber klar wissen wir um das Problem dieser kapitalistischen Ausbeutung, aber das ist gut für die Hotels, die verdienen dann da wieder mehr. Ja, also das ist ja, da muss man ja sagen, wir haben, wenn man noch sagen würde, man hat da jetzt Wohnhäuser errichtet für Leute, die zu Gast in der Stadt sind und die müssen dann nichts bezahlen oder werden irgendwie genossenschaftlich versorgt, dann würde man auch sagen, okay, aber Airbnb einschränken, ja, kann man machen, aber hat nichts mit Commons zu tun. Genauso auch, dass Großkonzerne nicht mehr in Schulkantinen stattfinden, weiß ich nicht, kommt ja auch darauf an, was von Großkonzernen geliefert wird, also, dass man vielleicht die Kinder nicht nur mit Cola abfüllt, ist sinnvoll, aber vielleicht gibt es ja auch was Gesundes. Tatsächlich sind auf der Bundes- oder der EU-Ebene ja keine Alternativen jetzt in Sicht in dem Sinne, dass man sagt, das wäre eigentlich die Vision, man braucht nur noch eine Mehrheit und deswegen ist es auch schon sinnvoll, sich auf die lokale Ebene zu konzentrieren, immer mal wieder, aber man muss ja sich im Klaren darüber sein, das hat mit der lokalen Ebene den Vorteil, dass sich das Leben für die Leute, um die man sich da kümmert oder mit denen man sich kümmert, verbessert und die urbane Landwirtschaft ist sicherlich auch schön, wenn die stattfindet, weil sie das Leben angenehmer macht, aber das wird ja nicht die Revolution bringen. Und dann verweist aber Seite noch auf diese berühmten 3,5% Menschen, die es braucht, laut der Politologin Erika Chinoweth, um eine Gesellschaft zu verändern. Also um jetzt mal zum Schluss zu kommen, hier die hohen Erwartungen, die Saito geweckt hat, die werden letztlich arg heruntergeschraubt, wenn er am Ende schreibt, und das war ein absolutes Lieblingszitat, sie wollen Gemeinderatsmitglied werden, warum nicht? Für eine Umwelt-NGO aktiv zu sein, ist ebenfalls wichtig. Oder sie gründen mit Gleichgesinnten ein bürgerverwaltetes Energieunternehmen. Natürlich wäre es auch ein großer Schritt nach vorn, wenn sie von ihrem Arbeitgeber strenge Umweltmaßnahmen fordern. Und wenn sie für Arbeitszeitverkürzung und die Demokratisierung der Produktion einstehen wollen, sind sie bei einer Gewerkschaft bestens aufgehoben. Außerdem braucht es auch Menschen, die Unterschriften für die Ausrufung des Klimanotstands sammeln, ganz zu schweigen von Forderungen nach mehr Belastungen für die Reichen. Gehen wir es so an, entsteht ein Netzwerk der gegenseitigen Hilfe, reißfest und willensstark. Und da weiß ich auch wirklich gar nicht, was ich sagen soll, weil wir sind gestartet damit, dass er sagte, die Klimakinserner, die sind zu doof. Und was haben wir denn jetzt am Ende? Wir haben irgendwie so einen Marktsozialismus, der sicherlich nichts zu tun hat mit dem, was Marx gerne gewollt hat. Da können wir jetzt gerne darüber streiten, wie soll man den Marx-Geschichtspieler so verschwesen, aber ganz sicher können wir es sein, mit Marktsozialismus wollte der mal nichts am Hut haben. Man hat ein bisschen Tax the Rich, man hat ein bisschen, also immer noch die Delegation an die Politik eigentlich. Also damit sieht man, ist man eigentlich auch total einverstanden, aber man soll sich halt ein bisschen mehr einmischen. Also der Klimanotstand soll jetzt ausgerufen werden. Und der Marktsozialismus ist ja hier auch nur dann partikular. Also irgendwie ist das ferne Ziel, es soll sich mal alles so wandern in diese Commons, aber es wird sich ja da sehr aufs Punktuelle konzentriert. Da würde ich sagen, punktuell Räume zu schaffen, auf die der Kapitalismus keinen Zugriff hat. Und das beginnt beim Einsatz fürs Freibad und setzt sich fort bei genossenschaftlichem Wohnen etc. Das alles ist sinnvoll und auch völlig vereinbar mit Klimakensianern. Deshalb, also das finde ich ja so verrückt und man muss doch diesen Klimakensianern wenigstens mal den Punkt lassen, auch wenn das Reformisten sind, es sind Leute, die immerhin mal versuchen, einen makrogesellschaftlichen Hebel umzulegen. Also da kann man ja seine Kritik dran haben an den Forderungen von Keynesianern, MMTlern und so. Die haben wir auch nun wirklich in diesem Podcast oft genug klar gemacht, unsere eigene Kritik daran. Aber es ist wenigstens der Versuch, dass man wirklich sagt, man will auf breiter gesellschaftlicher Ebene was machen. Und ich muss sagen, mir persönlich sind dann fast solche Klimakensianer oder einfach auch junge Leute, die sich auf die Straße kleben und sagen, der automobile Wahnsinn muss enden. Weil das würde dann ja wirklich bedeuten, dass zum Beispiel das, was wir vorhin angesprochen hatten, dass dann bestimmte Industrien, die klimaschädlich sind, gar nicht mehr existieren und dass aber auch kein Geld mehr rein investiert werden kann. Ja, wenn man also da einfach mal ernst macht und sagt, jetzt setzen wir uns auf die Straße und dann fährt hier halt nichts mehr, finde ich persönlich immer noch viel sympathischer als dieses ganz Abstrakte, wie das hier beschrieben ist. Also damit wird der Kapitalismus nicht überwunden, sondern seine Ausbreitung nur eingeschränkt oder in andere Richtungen gelenkt, nur dass die ganze Zeit so behauptet wird, das wäre hier jetzt der Degrowth-Kommunismus. Und das ist es einfach nicht. Also dann soll man doch einfach sagen, ich bin genauso reformistisch wie die Keynesianer, nur noch ein bisschen illusionärer, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, was man damit soll. Also wie kommen denn die Arbeit an die Produktionsmittel? Das Kapital ist ja immer noch in den Händen weniger und wie man all das ändert, wird nicht gesagt. Tatsächlich ist der Aufruf aus der Lethargie herauszutreten richtig und ja, jeder Schritt kann hilfreich sein, eine Eindämmung des Kapitalismus, nicht dessen Abschaffung, ist ja etwas, was erst einmal schon mal zu begrüßen ist. Gewerkschaften haben aber auch nicht, wie er das jetzt so ein bisschen suggeriert, den Sozialismus entstehen lassen. Seitow vertritt im Grunde einen sozialdemokratischen Ansatz und der hebt sich tatsächlich positiv ab von jenen D-Growse-Enthusiasten, die die Arbeiterschaft völlig ausblenden und einfach nur glauben, mit unternehmerischem Verstand und deutscher Sparsamkeit wird man schon dahin gelangen. Ja, das ist natürlich völliger Unsinn. Aber die Rede vom D-Growse-Kommunismus, die ist deutlich zu hoch gegriffen. Zum Schluss wollen wir noch darauf hinweisen, dass du, Wolfgang, am 21. September in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Vortrag über Reichtum hältst und der Link steht in der Beschreibung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast finanziell unterstützt. Das ist üblich über Patreon und Steady. Außerdem findet ihr in der Beschreibung unsere Bankverbindung und auch den Link zu PayPal. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank! Vielen Dank! Das war Wohlstand für alle. Das war Wohlstand für alle. Das war Wohlstand für alle. Das war Wohlstand für alle.